Ja liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4 heute an diesem, was haben wir heute? Donnerstag, ne, Freitag, 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 ja Freitag doch, heute ist Freitag, ja es geht heute weiter zum letzten Mal am Freitag mit Dirt 4 nächste Woche ab dem, ja heute in einer Woche geht es dann los, endlich auch mit der Formel 1 wieder, F1 2019 wird dann raus sein und dann Schauen wir mal, wie das Spiel wird, ja gut, den Asphalt Cup stellen wir uns heute, haben wir heute an Bord, nämlich in der Tarragona und ich würde sagen, wir gehen rein in den ersten Teil Gut, wir haben auch wieder Teamziele, die wir arbeiten müssen Gewinne zwei Wettungsprüfungen, das schaffen wir schon ohne Probleme Ähm, sollte eigentlich kein Problem sein, schieße, wenn wir das 1 ab, ja, 5 Sekunden weniger brauchen wir, ich stelle es zwischendurch, 16 Mal, ich stelle es in der Zwischenzeit, das soll auch kein Problem sein Fahrzeugbewegungen, schieße, wenn wir weniger als 3 Fahrzeugbewegungen ab, ja, und 2 saubere Wettungsprüfungen, das ist, wir können das 1 sein, wir starten rein, heute mit einem Opel Ascona 400 Und ja, wir bekommen ein Leihauto Äh, Fahrzeugtunen, nehmen wir zweiten Reifen mit, wer weiß, was das Ganze so Gut, wir machen Es scheint ein Unfall passiert zu sein, du könntest auch ein stehendes Autotreffen Na, das hoffe man nicht, dass das so passiert So 5, 4, 3, 2, 1, los Rechts 3, links 6, in rechts 4, durch senke, 60, links 6 In rechts 4, lang, mach zu Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, überpuppe, täuscht Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren gerade Links 3, überpuppe, in rechts 4, durch senke In links 3, lang, macht auf In rechts 6 In rechts 5, links 5, rechts 5, rechts 5, 80, rechts 4, lang, in offene Kehre, links, in links 4, überpuppe, in Kehre, rechts 16 Abschnitte müssen wir gewinnen, das heißt, wir haben schon 1 Ja, das ist es wahrscheinlich wieder ein Pol enable Chris Mit dem master 6, links 6, überpuppe, rechts 4, 150, links 4, rechts 4, rechts 6, überpuppe, rechts 4, rechts 5, rechts 6, Safe 6, rechts 6, überpuppe, rechts 4, rechts 4, rechts pennant ab Achtung, da vorne, in offene Kehre links, in rechts eins lang, in links 6, 60, das ist nie beschein, ärger zu machen, rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsäcke, 60, links 4, in rechts 2, macht auch lang, in links 4, überhoben. Ja, das war schon, wir sind zu weit gerutscht, damit vorliegen wir richtig Zeit, also da werden wir auf jeden Fall glatt rot kriegen, das wird aber nicht Zeit kosten. In rechts 3, in rechts 4, in links 5, rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsäcke, 80, in rechts 3, kehre links, in rechts 6. Ich wurde dahinter, also zweiter momentan, das kriegen wir aber an, nicht immer noch gedreht, weil nichts weiter passiert. Rechts 5, links 5, links 3, in rechts 3, lang, mach auf, mach zu, in links 1, nicht schneiden, sollte ich zu weit fallen. Rechts 6, 40, rechts 3, durchsäcke, nicht schneiden, links 6, überpuppe, rechts 1, durchsäcke, in links 4. Links 3, überpuppe, in rechts 4, durchsäcke, in links 3, lang, mach auf, in rechts 6. Links 4, durchsäcke, in rechts halben, überpuppe, links 3, 60, rechts 6. Hier weiß ich das Auto während der Verwirkung, wenn es durchsäcke, oder habe ich das was. Links 6, in rechts, in links 3, rechts 6, in links 4, weg, in rechts 3, in links 5, in rechts 1, kuppe, in links 2, in links 1, rechts 3, in rechts 5. Achtzig. Rechts drei. Links sechs. In rechts vier. Durchsenke. Sechzig. Links fünf. In rechts drei. In links fünf. In rechts eins durchsenke. In links drei. Hundert. Links vier. Rechts sechs. Überpummel. Rechts vier. Rechts schneiden. In offene Kehre links. In rechts eins durch. Aua. Aua. In links sechs. Bis ziel. Gut, wir haben das erste Ding gewonnen nach viereinhalter Glecken. Fahr zur Marschall. Ja, mal hin. 22 Sekunden vor. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Dann haben wir das soweit. Also nicht das komplette Ding, sondern wir haben nur, klar, den Abschnitt. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil. 4,72 Kilometer. Also ich werde auf jeden Fall einen kleinen Split machen, dann irgendwann. vermutlich Mitte des zweiten, des dritten Abschnittes. Cool, warte mal. Ne, ich mache nach dem dritten. Also den letzten Teil, diese 9,26, die 4,76, die machen wir auf jeden Fall noch im nächsten Part, dann morgen. Ui, da habe ich mich ja böse verzettelt. Da war ich mich im... Ja, wie auch immer. Gut. Dann geht es jetzt gleich weiter in Teil 2. So, darauf wieder ein bisschen, wie es sich geladen hat. Wie geht das ja mittlerweile? Wie geht das ja mittlerweile? Wie geht das ja mittlerweile? Gut, dann geht es jetzt weiter. Dann geht es im nächsten Teil. So, was haben wir denn über das hier? Sieht eigentlich ganz gut aus, bisher auch. Das war so gut. Vielleicht wäre ich mir nur überraschend, dass wir die nie sauber gefahren haben. Naja. Gut, dann geht es jetzt weiter. Das Auto ist trottet aus und in gutem Zustand. Das ist eine Überraschung. So, nächster Teil. Der vordert sofort. Da wir so lange Teil fahren. Vielleicht werde ich den letzten Teil ausklicken dann. Oh, oh. Das Korre ist die Straße, wie das Auto. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1, lang. In links 6. Links 6, 60. Rechts 6. In offene Kehre rechts, steil, aus. In links 2, 60. Oh, Glück gehabt, dass man da nicht so richtig reingerutscht hat. Links 6. Soll ich mal gegenhalten können. In rechts 4, lang, macht zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts. Drei, Stuttumme, täuscht. Links 4, durchsenke. In rechts halben, überrumme. Links 3, 60. Rechts 4. In links 5, lang, macht zu. Drei. In rechts 4. Rechts 3. In links 1, durchsenke. In rechts 5. Wir sind wirklich weit weg vom Gegner. In links 3. Also wir müssen noch mal ein bisschen Zeit, die Zähne, diese halbe Sekunde ungefähr. Rechts 6, überwenden, 80. Links 5, überwenden, 60. Rechts 6. Jetzt komme ich ein bisschen weg. In rechts 4, lang, macht zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts. Drei, überfutter, enttäuscht. Links 4, durchsenke. In rechts, halt, überwenden, links 3, 60. Links 6, 60. Rechts 6. Na, das hat jetzt wieder ein bisschen Luft gerade gebracht. In links 2, rechts, halt, rechts. Wie sieht es das heute denn, rechts, links, ja? Also link quasi der Beifahrer. Jetzt sind jetzt der Fahrer, das ist ein grittisches Auto. Links 6. In rechts 4, rechts, rechts. In rechts 4, rechts, rechts. Komm, warte mal. Rechts 5, rechts 5. Rechts 5. In links 4, in links 3. In rechts 4, rechts rechts 80. Rechts 5, nach. Oh, warte mal. Da habe ich ein bisschen nicht zugehört. In links 5. In rechts 3. Jetzt hat er nochmal richtig... Ich glaube, das ist der gleiche Teil wie eben, rückwärts. Ich habe das Gefühl. Links 6, inkehre, rechts. In links 3, 60. Links 4, durchsenke. In rechts halben, überwenden, links 3, 80. Högerlich, finale Zeithafen. Bis Ziel. Langsam zum Marsch. Und dann sind es 13,8 Sekunden. Also 2 Sekunden haben wir uns nochmal geholt im letzten Sektor. Trotz des Fehlers, positiv war alles grün. Dieser kleinen Haarnadel. Also so ganz perfekt war ich meine, der Rallye ist noch nicht. Das muss ich auch so sagen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. Wunderbar. Gut. Dann gehen wir weiter in den nächsten Teil. Gut gemacht. Gut. Gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. So, okay. So, wunderbar. 6,53 Kilometer stehen heute nochmal an, hier in Spanien. Oh, wir haben die saubere Wert. Wir sind ja sauber abgeschlossen. Perfekt, wunderbar. War eigentlich nicht so ganz perfekt, aber ja, das nimmt nämlich gerne. Nichts, was die Leistung beeinträchtigt. Ein bisschen beschädigt. Da kommt quasi nur alles weg. Naja. Das ist ein Spruch, oder funktioniert das Ganze. 4, 3, 2, 1, los. Rechts, 3, links, 6, rechts, 4, durchsenke, 60, rechts, 6. Ich weiß es vor allem nicht einfacher. Aber spaßiger. In links, 5, links, 6, 60, rechts, 5, überwenden, 80, links, 6, überwenden, 60, links, 5, rechts, 5, links, 5, links, 5, links, 5, rechts, 6, in links, 1, lau, offene, kehre, rechts. Die, 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 die Aber jetzt ist alles okay. Da ist ein bisschen Luft gerade. Hier haben wir die Folge. Und gerade 10,5 Sekunden. Da hat es doch mal die Leitpacke ein bisschen genommen. In links, 6. Rechts, 4. In links, 1. Wenn ich gesehen habe, liegt das hier ja da und als ich mich konzentrieren muss. Links, 3. Links, 6. Ja, ich wollte mich konzentrieren, scheiße. Kuppe rechts, 6. Rechts, 5. In links, 4. In links, 4. In links, 3. In scharf, rechts, 80. Rechts, 5. Lang. Diesmal habe ich es mitgeschnitten. Aber das ist das mal, ne? Wie so scharf rechts, scharf links. In rechts, 3. Kehre, links. In rechts, 6. Guck sie. Links, 6. Rechts, 6. Kommt diese Straße ungemein durch vertraut vor. Links, 6. In Kehre, rechts. In links, 3. Links, 4. Durchsenkung. In rechts, 5. In rechts, über Kuppe. Links, 3. Runde. Rechts, 6. In links, 1. Lang. Offene Kehre, rechts. In links, 4. 60. Links, 6. In rechts, 4. Dann macht zu. Und Abbruch. Links, 4. Sofort rechts, 3. Über Kuppe. Enttäuscht. In rechts, 1. Kuppe. In links, 2. In links, 1. In links, 1. In links, 2. Ich dachte, ich könnte die Stuhlstange da lassen. In rechts, 2. In rechts, 5. In rechts, 5. In rechts, 6. In rechts, 4. In links, 2. In links, 2. Durchsenken. So, liebe Leute. In links, 3. In rechts, 80. Rechts, 4. Über Kuppe. Ein bisschen Konzentration. Links, 6. 40. Rechts, 3. Durchsenken. Links, 6. Über Kuppe. Rechts, 1. Durchsenken. In links, 4. Links, 4. Durchsenken. In rechts, 1. Über Kuppe. Links, 3. 60. Rechts, 6. Links, 6. Langt. Rechts, 6. In links, 3. 60. Links, 4. Durchsenken. In rechts, 2. In rechts, halbe. Über Kuppe. Links, 3. Links, 6. Über Kuppe. Rechts, 4. Links, 3. Über Kuppe. In rechts, 4. Durchsenken. In links, 3. Langt, Pacht auf. In rechts, 6. 60. 60. Bis Ziel. Okay, du bringst es zum Marschall. So. Mein Name war das Ding so souverän gewuppt. Liebe Leute. 38,9 Sekunden. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, nämlich morgen um 14 Uhr. Tschüss.